Stefan Dörnberg wird hier in Berlin geboren. Sein Vater ist jüdischer Kommunist. Als er elf Jahre alt ist, fliehen seine Eltern mit ihm vor den Nazis in die Sowjetunion. Sechs Jahre später, am 22. Juni 1941, meldet sich Dörnberg freiwillig zur Roten Armee. Es ist der Tag, an dem die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion überfällt. Als sich der Krieg dem Ende nähert, betritt Dörnberg als Leutnant zum ersten Mal nach zehn Jahren wieder den Boden seiner Heimatstadt. Seine Einheit hat hier in Berlin einen Spezialauftrag. Ein akustisches Täuschungsmanöver. Die deutschen Truppen sollen bewusst in die Irre geführt werden. Musik, Ewan Stefanovic? Besser als Musik. Wie weit tragen deine Lautsprechergenosse, Leutnant? Drei Kilometer mindestens. Wenn der Wind richtig steht, vielleicht noch weiter. Dann dreh mal voll auf. Was soll das? Musik, Ewan Stefanovic. Akustische Kriegsführung. Kein schlechter Trick, Ewan Stefanovic. Sag mal, Genusseleutnant. Du musst doch die Deutschen mehr hassen als wir. Ich bin Deutscher. Du bist Jude. Während in vielen Stadtteilen noch erbittert gekämpft wird, hat die Rote Armee einige Randbezirke Berlins bereits besetzt. Ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Der Krieg ist für euch vorbei. Für den Hitlerfaschismus ist er schon lange verloren. Jeder Widerstand ist zwecklos. Die Rote Armee ist gekommen, um euch zu befreien. Der Hitlerfaschismus hat ganz Europa und die ganze Welt ins Unglück gestürzt. Nun ist es an der Zeit, ein neues, ein besseres Deutschland aufzubauen. Darauf haben wir seit Jahren gewartet, Genusseleutnant. Seit heute, Dienstag, den 24. April 1945, ist Generaloberst Bersarin Stadtkommandant von Berlin. Aber in Berlin wird noch gekämpft, Genusseleutnant. Der erste Befehl des Stadtkommandanten lautet... Erstens. Die Bevölkerung der Stadt hat volle Ordnung zu bewahren und an ihren Wohnsitzen zu verbleiben. Zweitens. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei und alle ihr unterstellten Organisationen sind aufzulösen. Ihre Tätigkeit wird hiermit verboten. Elftens. Verbände der Roten Armee und einzelne Militärangehörige, die in Berlin eintreffen, sind verpflichtet, nur in den von den militärischen Bezirks- und Revierkommandanten angewiesenen Unterkünften Quartier zu nehmen. Angehörigen der Roten Armee ist ohne Erlaubnis der militärischen Kommandanten die eigenmächtige Aussiedlung oder Umsiedlung der Einwohner, Entnahme von Gütern und Werten und Hausdurchsuchungen bei den Stadteinwohnern verboten. Woher sprechen Sie so gut Deutsch, Genosse Leutnant? Ich bin hier geboren. Aber... Das ist eine lange Geschichte. Ich war ja immer gegen die Nazis als alter Sozialdemokrat. Aha. Menschen wie mich brauchen Sie jetzt. Wie hieß der Vorsitzende der SPD vor 1933? Äh, das war der... Also, mir liegt es auf der Zunge. Ja. Die Befehlshaber des Verteidigungsbereichs Berlin gibt Bekannten. Am 30. Jahrhundert hat sich der Führer selbst entleiert, damit uns, wie ihm treu geschworen hat, im Stich gelaschen. Auf Befehl des Führers glaubt ihr immer noch, um Berlin kämpfen zu müssen, obwohl der Mangel an schweren Waffen, an Munition und die Gesamtlage den Kampf als sinnlos erscheint lassen. Jede Stunde, die ihr weiterkämpfen, verlängert die entsetzlichen Leiden der Zivilbevölkerung Berlins und unserer Verwundeten. Jeder, der jetzt noch im Kampf um Berlin fällt, bringt sein Opfer umsonst. Im Einvernehmen mit dem Oberkommando der sowjetischen Truppen fordere ich euch daher auf, sofort den Kampf einzustellen. Gezeichnet Weigling, General der Artillerie. Nach der Kapitulation Berlins arbeitet Stefan Dörnberg für die sowjetische Militäradministration in Mecklenburg. Er studiert Geschichte in Moskau und Ostberlin und wird einer der bekanntesten Historiker der DDR. In den 80er Jahren wirkt er als Botschafter in Finnland.